Der Verlag 8. Mai Die Januar, Februar, März Ausgabe voraussichtlich die letzte sein wird, waren wir, Red Hat Music, überrascht und traurig. Wir glauben, dass es ein Magazin wie die M&R in diesen Zeiten braucht, vor allem um Vielfalt und ein Stück Gegenkultur am Musik- und Kulturzeitschriften Himmel zu wahren. Wir rufen alle Kollegen und Kolleginnen und Freunde und Freundinnen auf, die M&R am besten mit einem Perspektiv-Abo zu unterstützen, um ein weiteres Erscheint zu gewährleisten. Es werden 1700 zusätzliche Abonnements benötigt. Beim unten stehenden Link könnt ihr die Zeitschrift für einen läppischen Jahrespreis von knapp 27 Euro abonnieren oder Freunde dazu einladen. Also ran ans Werk, es werden Wundertäter gesucht. Ciao. 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 Ciao.